Also, guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Silala Bama-Dimmel. Ich bin die zweite stellvertretende Vorsitzende von Gensch Asif. Das ist die Junge Europäische Bürgerinitiative und Plattform. Und ich bin auch die Leiterin des Karlsruhe Lernzentrums und auch die Gründerin. Ich möchte heute mit Frau Dr. Dilek Gülsse ein Interview führen und bedanke mich natürlich, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Und herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, danke schön. Ja, also meine erste Frage wäre, Frau Dr. Dilek Gülsse ein, was Ihre Motivation war, um Herzschubung zu werden, was Sie dazu bewogen hat. Also die Motivation kommt natürlich vom kleinen Kind auf. Natürlich will man als Gastarbeiterkind etwas Besseres werden als die Eltern. Das wurde einem auch so eingetrichtert, euch sicherlich auch. Und ich wollte schon immer Ärztin werden. Und das habe ich auch verwirklicht in der Form, dass ich dann halt auch während meiner Schulzeit immer die Fächer ausgewählt habe, die für mich für das Medizinstudium ein bisschen nützlich sein könnten. Und dann habe ich dann nach dem Mediziner-Test, meine Noten waren jetzt nicht so die besten, und der Mediziner-Test galt auch mit 50 Prozent dazu, habe ich überdurchschnittlich abgeschnitten und relativ schnell und zügig einen Platz an der Heinrich-Hein-Universität in Düsseldorf bekommen. Habe das Studium in sechs Jahren beendet und habe mich dann auch relativ zügig dann für das Fach Herzschubung entschieden, weil ich auch im ersten Semester die Möglichkeit hatte, mal einer Herzoperation zuzugucken. Und das hat mich dann sehr bewegt, das war sehr ästhetisch, unblutig. Und so habe ich mich dann entschieden. Und wie das der Zufall manchmal auch will, kam dann auch eine Kommilitonin, die mir eine Doktorarbeit in der Herzschubung angeboten hat. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und meine nächste Frage wäre, mit welchen Herausforderungen auf Ihren Weg haben Sie zu kämpfen oder hatten Sie zu kämpfen? Wäre es zum Beispiel der Migrationshintergrund? Also ich muss, das fragen mich natürlich viele, aber mit dem Migrationshintergrund hatte ich wirklich keine Probleme, weil meine meisten Mentoren auch selber Migrationshintergrund hatten. Türken, Griechen, Japaner. Und deshalb war das in der Chirurgie jetzt kein Problem, auch sonst in meinem Schulleinem war es auch kein Thema, weil wir sicherlich auch von der Familie so getriggert wurden, dass gesagt wurde, okay, du bist jetzt hier, du musst dich jetzt integrieren. Türkisch können wir gerne zu Hause sprechen, aber außerhalb musst du dich hier anpassen. Und so haben wir das auch getan. Meine Erzieher waren Deutsche. Die Familie Bisping, ein altes Ehefall natürlich, aber das aus der Kriegszeit noch stammt und mir das auch noch vermittelt hatte, das Ganze hat mir natürlich auch sehr gut geholfen, aber die Schwierigkeiten kommen dann halt, nachdem du die Erztenzeit vorüber hast, dann erst, weil du eine Frau bist eher. Das spüre ich jetzt in den letzten Jahren massivst, weil ich natürlich sehr selbstbewusst bin in dem, was ich tue. Ich bin, sage ich mal, auch erfahren in dem, was ich tue. Und das Selbstbewusstsein kommt mit der Erfahrung und da muss man aber auch den Anspruch mal stellen. Ich möchte jetzt selber auch eine Position innehaben, wo ich selber bestimmen kann. Also mit dem Frau-Dasein kommen die Probleme. Ja, das glaube ich, wir selbst haben das auch zu spüren. Und was könnten Sie unseren Jugendlichen und motivierten Anleiterinnen mitgeben auf dem Weg zur Bildung, den angebenden Akademikern? Könnten Sie denen irgendwas vorschlagen oder dass sie sich verbessern könnten in irgendeiner Hinsicht? Also erstmal muss man die, hier hat man die Möglichkeit, einem die Möglichkeit erstmal geboten, dass man diesen akademischen Weg gehen kann. Und die sollte man auch nutzen. Und da sehe ich halt die Problematik, dass viele halt eher in eine andere Richtung umschwappen, dann doch lieber heiraten wollen, Kinder kriegen wollen, auch eine schöne Sache. Kann man auch. Und auch dieses Land bietet die Möglichkeit, dann auch als Eheleute und als Mutter oder Vater auch ein Studium zu beginnen und dann auch zu beenden. Und die sollte man unbedingt nutzen. Jeder sollte ein Ziel vor Augen haben und diese dann auch versuchen zu erreichen. Manchmal führen die Wege nach links und rechts, manchmal kommen Steine. Aber das ist völlig normal, das gibt es überall. Ihr werdet nicht das Gefühl haben, jeder öffnet euch die Türen, herzlich willkommen. Hier hast du es auf dem silbernen Tablett. Man muss dafür hart arbeiten, aber mit Leidenschaft sage ich. Und man sollte sein sonniges Gemüt immer beibehalten. Das ist auch sehr wichtig. Konferenzkampf wird auch sein, ohne Frage, aber ihr müsst nicht unbedingt die Elbo da ausfahren. Macht einfach euer Ding, konzentriert euch auf euer Ding und es wird schon kommen. Und lernen, lernen, lernen. Natürlich, ohne Lernen geht es nicht. Wie gesagt, man muss schon was dafür tun. Auch ich habe was dafür getan. Aber man sollte, es gibt Verzweigungsmomente, die werdet ihr auch begeben. Aber auch das wird vorübergehen am nächsten Morgen schon. Ja, hoffentlich. Ich möchte mich dann nochmal bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben. Und im Namen von Gentsch Asif Ihnen viel, viel, viel Erfolg für die ferne Zukunft und die Wünschen. Und ja, das war es meinerseits. Ich danke euch vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank.